Jani Kusmak, 31, ist ihren Followern oft eine Inspiration. Denn die Influencerin hat viele Seiten an sich. Sie ist bekannt als Surferin, Model, Motivationscoach, und dreifache Mama. An ihrem Alltag lässt die Blondine ihre Fans regelmäßig teilhaben. Aber nicht immer bekommt die Ehefrau von Pia Kusmak, 46, positives Feedback zurück. So erreichen Jani jede Menge Hasskommentare, und das sogar von ihrer eigenen Familie. Die Influencerin veröffentlichte zusammen mit ihrem Mann nun ein Ratgeberbuch mit dem Titel Der Ruf deines Herzens. Die Autorin geht darin eher darauf ein, dass der Härte überall lauere. Doch ganz besonders traf sie der Shitstorm aus den eigenen Reihen. Ich sei abgehoben, warf man mir vor, würde zu viel in meiner Sozialmedia-Welt leben. Und solle mich doch mit meinen Instagram-Zicken streiten. Diese und noch weitere Kommentare machten der 31-Jährigen sehr zu schaffen, doch mittlerweile weiß sie damit umzugehen. Aber nicht nur den Shitstorm thematisiert die dreifache Mama in ihrem Buch, sondern sie gesteht auch, dass sie früher unter Bulimie liht. Diese Krankheit sprach die Surferin sogar das erste Mal in ihrem Buch an, denn sie verreiht im Promiflash-Interview. Ich habe mich da tatsächlich noch nie so geöffnet, weil es mich wahrscheinlich auch noch so beeinflusst hat, dass ich noch nicht mit Abstand drüber sprechen konnte. Du hast gesundet, wenn ich den Schuss. Ich kann mich da eigentlich noch nicht mit Abstand drüber sprechen. Ich habe mir 문제가 mit Abstand drüber gesprochen. Ich kann mich da einfach nicht mit Abstand drüber sprechen. Ich kann mich da einfach nicht mit Abstand drüber sprechen. Und da bin ich die Schuss. Die Schuss wird ja auch noch nicht mit Abstand drüber sprechen. Vielen Dank.